Was ist das für mich im Jahr 2000? Ich habe berufliche Aktivität als Kachel, an all seinen Formen, siehe das am Banker-Service, am Treter-Service oder als Restauration. Wir haben den Easy-Cooking entwickelt als Online-Shop für IS-Fuhren. Der Online-Shop besteht aus einem Tretersgeschäft, aus einer Boucherie, Poissonerie, Patisserie und Epi-Serie. Und ich finde hier alle IS-Fuhren, die mir an einem Betrieb für frische Wurren aus verschafft haben, um den Klienten zu helfen, einfach über Online zu bestellen. Für den Easy-Cooking haben wir zum nächsten Mal ein Computerprogramm, den es erlaubt, den E-Commerce zu machen. Das heißt, dass es ein Programm, wo alle Produkte, die wir verkaufen, darauf hergestellt sind, fotografiert sind, wo die Leute Informationen bekommen über den genauen Inhalt, über den genauen Grammarsch wertverkauft werden, den Preis, genauso wie die Allergenen, alle nötige Informationen, die in einem Beruf eben, man muss mattdelen, bei einer Wand. Dann kann der Klienten über das Netz bestellen, er kann sie dort bezahlen. Und darauf hin, entwickeln wir dann Heid-Command, wir haben ein eigenes Programm, das dann überhüllt. Wettverkaufungen müssen gekauft werden, wir müssen verpackt werden, damit der Klienten, die geliefert wird, genau so wird, wie es dann auch in dem Moment am Computer gesehen wird. Easy-Cooking ist ganz neu. Easy-Cooking schafft eigentlich ganz am Gegensatz zu dem, was es gibt. Wenn ich etwas zuerst kaufen will, dann gehe ich an das Geschäft, und da sehe ich nicht alles, was du leid. Das gefällt mir oder das gefällt mir nicht. Um Easy-Cooking, ich sehe den auch alles, aber dann bestelle den am Vierhaus. Und da ist der ganz große Unterschied, die Wurren leihen nicht. Das heißt, die Wurren gehen auf sich recht abkauft, wenn der Klient selbst bestellt wird. Und das ändert immens viel, weil wir schaffen komplett ohne Konservatoren. Und dadurch, dass man genau ausrechnet, was man kaufen muss, können wir diesen Geschäft alimentar auf quasi null reduzieren. Also, wenn der Klient in der Welt alle Menschen gewinnt, nicht nur durch das Fett, dass er sich überlebt, gestern und wertvolle Haut zu essen. Digitalisation ist also so, dass es einem hilft, hier einbestimmt mehr effizient und mehr produktiv durchzustellen. Alle Unternehmen, die das machen will, kann das machen in einem eigenen Sektor. In einem Sektor ist es extrem schwierig, weil wir mit frischen Wurren schaffen, wo DLCen drauf sind, die immer ändern. Wir bestellen Fisch von zwei Kilo, wir können mit 2,5 Euro. Das alles, also da müssen viele Faktoren ändern, sodass es bei uns immens schwer wäre, wenn wir mit dem Fertig bräuchten. Ich kann also nicht mehr alle anderen Unternehmen wünschen und empfehlen, sich Gedanken zu machen, in welcher Hinsicht, da sie nicht hinkriegen, wir trennen sich jetzt mit Sicherheit. Wir haben lange gebraucht, wenn wir das Programm selber entwickelt haben, den es heute erlaubt, so zu schaffen.